Was da drin ist dunkel Was da drin ist Untertitelung des ZDF, 2020 Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Was das ausmacht, die Parameter von drunter nach hier oben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das da unten ist Rechtis, heißt das Rechtis im Allgäu und hier oben sind es bissel über 1000 Höhemeiler und das da drüben ist der Grunde, der noch etwas Schnee hat. Und das da drüben ist der Grunde, der noch etwas Schnee hat. Und das da drüben ist der Grunde, der noch etwas Schnee hat. Und der langzogene Höhemirücken im Vordergrund, das ist der Hauchenberg. Der ist knapp 1240 Meter hoch. 240 Meter höher wie hier. Da hat es gerade blitzt. Es rumpelt. Kehrig blitzt gerade die Hände. Jetzt rumpelt es. Kehrig blitzt. 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 Da kommen sie. Die Radlfahrer. Kehrig blitzt. Hoffentlich haben die auch die Blitzeableiter dabei. Kehrig blitzt. Kehrig blitzt. Kehrig blitzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein langzogenes Gewitterband Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020